jo freunde was geht ab und willkommen zu einen weiteren mario kartour und wie ihr seht bin ich wieder mal dritter geworden weil die übertreibende menschen wie fresh und robin wieder völlig übertrieben haben wegen den wegen den punkte aber es lässt sich nichts mehr ändern kann ich ja nicht mehr wieder einholen ok jetzt wo ich stehen geblieben sind ist cooper strand im bürdo cup also mit einem speziellen tod aus der silvester die prinzessin peach den blooper und den dort gold gleiter oha ein bumerang bruder habe ich auch los geht es alter das geht jetzt wieder völlig los mit partys schön vorsichtig ah mist verdammt vorsicht vorsicht und wir haben den zähl erreicht jawohl super grüße an meine spielfreundin chrissy die diesen prinzessin peach liebhaberin die eigentlich sehr richtig süß ist so genug gelabert lassen weiter machen und fünf sterne erreicht super joshis piste mit so einem speziellen oster joshi aber ich habe ich nehme meinen normalen joshi und dann hier den fiese flitzer und den farbenfroh gleiter und dann hier den farbenfroh gleiter und ein prinzessin peach oh pauline grüße an sascha hoffentlich kommt auch einige strecken wo ich auch hier pauline spielen kann die strecke kann ich noch an den ganz allerersten oder zweiten part erinnern da bin ich schon mal in den kanten runtergefallen das war soo fies das war soo von fies da da muss ich euch mal kurz mal einen kleinen clip aus dem zweiten oder aus dem ersten zeigen oder das machen weil das machtest du aber ich sag das euch so das kam wie aus dem so so genau hier in an den allerersten oder zweiten part da bin ich direkt in joshis piste in den kanten runter gefallen oh nein Eis mario ist hinter mir Eis mario kalte mit fast eingeholt so ein frecher benchel So ein frecher Bengel Und 5 Sterne erreicht Gut, sehr gut Donut Ebene Donut Ebene 1 R und X Aber wir nehmen jetzt Pichette Yoshi, Karren und Regenwolken Gleiter Ja, genau, den Oster-Yoshi Oh, das ist mir schon seit Zeit Und als ich den Hammerbruder Cup gespielt habe Also die Hammerbruder Tour Aua Da Da mochte ich hier die normale Donut Ebene Nicht so richtig Nein Och Mann ey Was soll denn das jetzt Schon wieder Achterplatz Drei Mal Blitz Was? Drei Mal Blitz auf einmal Oh Alter Das war jetzt ein Zufall Das war jetzt Zufall Dass ich den Blitz bekommen habe What the fuck Oh nein Serienmarathon Ausgerechnet Serienmarathon kommt jetzt Aber wir können jetzt gratis zünden Piranha Pflanzengleiter Was 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 will ich denn damit? Okay Los geht's Serienmarathon Mit Birdo Halte die Serie im Laufen Das ist das hier Worauf ich Null Bock auf Serienmarathon habe Wow Wow Siehste, das, 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 das Scheiße ist nämlich, das ist auch ein bisschen Scheiße gebaut hier, das, wenn ich hier so Seelen-Marathon mache. Wirklich, ich hasse das. Siehste, und ich komme ja nicht gerade an den drei Sterne ran. Ja, genau. Übertreib halt. Mit den 28 Punkten. Ne, sowas habe ich null Bock auf das. Ja, genau. Okay, Lakitu Cup. Gebirgsfahrt R mit Lakitu. Aber beim Seelen-Marathon, das regt mich sowas von auf. Weil ich hasse solche Seelen-Marathon. Oh, Mist, kein Item. Oha, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also, ein Item. Oha, zum Glück nicht getroffen. Partiiiio. Weeeeeeio. 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 Aua. Ausgerechnet ein Bowser-Panzer getroffen. Mann, das wird sehr schwierig jetzt. Ey, was soll denn das? Ja, genau. Vierter Platz. Super, wieder vierter Platz. Was denken sich die Leute dabei? Ihr übertreibt halt wieder. Übertreiben ist verboten. Also wirklich, jetzt übertreibt mega maßlos. Younga, verpiss dich, Mensch. Also wirklich, das regt mich sowas von auf. Oh, Daisyhausen X. Ach du Scheiße, jetzt wird's wieder chaotisch. Zwei Daisys auf einmal. Zum Mitschreiben. Ich, ich, ich finde das, äh, ich, mich stört das halt, wenn zwei Daisys kommen und so. Und die gleichen Stimmen hier. Wollt ihr mich jetzt völlig... Also wirklich. Also ihr bringt mich wirklich zum Ausrasten wieder. Ihr bringt mich wirklich wieder zum Ausrasten. Und die Leute denken so, hurra, ja, endlich mal. Dieser Dentro rastet endlich wieder auf. Sie mögen das. Sowas hasse ich nämlich. Jawoll, noch ein Party. Ich musste wirklich auf mein Ohr kratzen. Es juckt ständig. Mann, mein Ohr juckt. Das ist wirklich so eine blöde Stelle, wenn man an mein Ohr kratzt. Oh, Schoko-Insel. Jetzt gibt's Geschenk. Zünder. Zünder. Verflixt nochmal. Okay, Schoko-Insel 2. Ich spiel mal Wario. Ehh. Los geht's. Wario mit dem schleifen Kiste Das passt gar nie Für so eine Bösewicht Boah, Alter, das Ja, erster jetzt Boah Nein, 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 nein Das war jetzt knapp Das war jetzt sowas von knapp Itembox Itemboxbruch Okay, sowas mag ich Mit Lakito Na toll Jetzt ist er wieder weggeflogen Nein Verdammt Ey, was soll denn das jetzt Ach komm schon Das stört mich auch halt Also jetzt muss ich mal Wollt ihr mich jetzt vollkommen verarschen Also jetzt werden die noch übertriebener Warte mal, ich guck jetzt mal ein Okay, jetzt ein Schnellticket Donkey Kong Alpine Oh Wir spielen Rosalina Grüße an Sascha Ja, ich bin Vorsicht Münst Party Vorsicht 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 Vorsicht. Ich bin gleich fertig. Ich muss eine Rennung schaffen. Oh, 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 oh. Das Ziel ist nicht mehr weit. Das Ziel ist nicht mehr weit. Oh, oh. Vorsicht, Vorsicht. Oh, das war so knapp. Das war knapp. Das war knapp. Also mit dem Lenken ist es sehr schwierig. Zu sagen. Und wir haben das Ziel erreicht. 10.683. Super. Super, super. Sehr gut. Und dann dann sehen wir uns dann bald wieder im Mario Kart Tour. Macht's gut und ciao, ciao.